Hallo Feinde des GGG, ihr kennt doch sicher diese Werbungen hier auf YouTube, da fassen Typen von 10.000 am Tag und Couchings zum Reich werden. Der GGG sagt, ok ok sowas kann er auch. Einfach was anbieten und das ohne Garantie. GGG bietet euch eine Wunderkur an um reicher als reich zu werden. Er sagt ihr verdient eine Million Quadlus plus täglich, ihr müsst nur sein Webseminar bestellen, kostet nur wenige 100 und ist garantiert GGG geprüft und durch irgendeine Norm lizenziert. Er sagt damit lernt ihr wie man Frauen kennenlernt, Geld gewinnt und gesund bliebt. Damit gewinnt ihr garantiert im Lotto und lernt den Röntgenblick dabei also zahlt dem GGG eure Quadlus und ihr bekommt alles und das in einer Woche. Danke.